Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, herzlich willkommen zur 17. Jahrestagung der Kiewer Gespräche. Dieses Willkommen gilt insbesondere auch unseren Gästen aus der Ukraine, die hierher zum Teil angereist sind und so sehr es in der Medienöffentlichkeit natürlich auch in gewisser Art und Weise schon zu einem Gewöhnungseffekt gekommen ist, so sehr gilt es hier einmal zu Beginn festzustellen, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine allgegenwärtig ist und uns auch hier zutiefst schockiert. In den letzten Tagen haben wir erneut von Angriffen auf die Ukraine mitbekommen, erfahren, die Bilder gesehen und die schreckliche Bilanz der Raketenangriffe auf 14 Regionen der Ukraine. Am Montag ist 20 tote ZivilistInnen, davon 5 allein im Kiewer Zentrum, 108 Verletzte. Mindestens 70 Objekte sind beschädigt, darunter mindestens 29 der kritischen Infrastruktur und es sind größere Ausfälle der Strom- und Wasserversorgung eingetreten. Mein erster Gedanke richtet sich deshalb an die vielen Menschen in der Ukraine, die von diesem Krieg entwurzelt wurden und Hab und Gut verloren haben, deren Familien zerrissen wurden und die ihre lieben Angehörigen verloren haben. Deshalb möchte ich Sie alle zu dieser Tagung hier zu Beginn darum bitten, einen kurzen Moment des Schweigens mit mir einzulegen. Es ist wichtig, sich über den Charakter dieses Krieges noch einmal im Klaren zu sein. Es geht nicht um irgendeinen begrenzten Territorialkonflikt, sondern um einen Feldzug mit der Absicht der Vernichtung der Ukraine. Die russische Führung spricht der Ukraine das Existenzrecht als unabhängige Nationen mit eigener Sprache, Kultur und Geschichte ab. Diese Haltung offenbart auch, dass es schon 2014 keineswegs um den Schutz der russischen Bevölkerung im Donbass und auf der Krim ging, sondern um die Einkreisung der freien Ukraine als Voraussetzung für den Großangriff, den wir nun seit acht Monaten erleben. Damit ist auch klar, dass hier Frieden keineswegs durch irgendwelche territorialen Konzessionen erreicht werden kann. Auch in Deutschland und der EU soll sich niemand täuschen. Es geht bei diesem Krieg auch nicht nur um die Ukraine, sondern ein solcher Krieg, den wir im 21. Jahrhundert in Europa nicht mehr für möglich gehalten hatten, ist ein Angriff auf die Sicherheit in ganz Europa, auf das Völkerrecht insgesamt. Wenn Putin damit auch nur teilweise durchgehämme, so wäre es ein Freibrief für Gewalt und Krieg als Mittel der internationalen Politik, die Rückkehr des imperialen Prinzips. Die Ukraine verteidigt mit ihrem Kampf auch das freie Europa, die liberale Weltordnung. Sie verdient unsere vollste Unterstützung. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich hier sehr herzlich bei Tatjana Lopakucuk und Stefanie Schiffer, stellvertretend für das gesamte Team der Kiewer Kiewergespräche, für die Organisation dieser auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt außerordentlich relevanten Veranstaltung und auch bei allen weiteren Partnerinnen und Partnern und unterstützenden Organisationen der Kiewergespräche, denn gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, diese Gespräche auch in einem breiten Bündnis gemeinsam durchzuführen. Und damit übergebe ich an dieser Stelle mit einem herzlichen Dank nochmal das Wort an den nächsten Sprecher, an Alexander Suschko, dem Direktor der International Renaissance Foundation, als dem wichtigsten ukrainischen Träger der Kiewergespräche. Falsch. Ich übergebe zunächst an Stefanie Schiffer und dann übergebe sie an den nächsten. Ja, wir haben das so gemacht, dass der Alexander nach mir spricht, aus Kiew und mein Name ist Stefanie Schiffer, genau. Vielen Dank, Jan Philipp Albrecht, für die Begrüßung. Vielen Dank auch für die wichtige Gelegenheit zum Innehalten, zum Gedenken an die Opfer des Krieges. A friend in need is a friend indeed. Das sagte mir ein ukrainischer Freund, Jepken Bestritsky, der langjährige Direktor der International Renaissance Foundation. Er sagte das ganz zu Beginn des Kriegs. Er kann heute wegen des russischen Terrorangriffs vom Montag nicht hier sein, genauso wie einige andere Gäste, die wir eingeladen hatten und die heute nicht hier sein können. Die wahre Freundschaft zeigt sich in der Not und die echte Partnerschaft, die zeigt sich dann, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Wenn wir die Ukraine durch diesen Krieg begleiten wollen, wenn wir mit ihr den Sieg, den Frieden und dann auch den Wiederaufbau gestalten wollen, dann brauchen wir eine starke, eine ehrliche Partnerschaft zwischen unseren Ländern. Der Krieg hat uns gezeigt, dass das deutsch-ukrainische Verhältnis längst nicht so stabil und nicht so belastbar ist, wie wir uns das wohl gewünscht hätten. Das Vertrauen der Ukrainer, der Ukrainerinnen in Deutschland ist in den letzten sechs Monaten im Sturzflug auf Werte abgesagt, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Hier in Deutschland sind wir erschüttert über die lautstarken und populären Stimmen, die von der Ukraine die Selbstaufgabe und von unserer Regierung die Einstellung der militärischen Unterstützung für das Land fordern. Was ist da los? Wir wollen mit den Kiewer Gesprächen, die dem deutsch-ukrainischen Verhältnis gewidmet sind seit 17 Jahren, wir wollen mit diesen Kiewer Gesprächen die falschen Annahmen, die irrigen Unterstellungen, das Nichtwissen und das Nichtverstehen wollen. Wir wollen die ungestellten Fragen in diesem deutsch-ukrainischen Verhältnis unter die Lupe nehmen. Denn wir brauchen Kritik, wir brauchen Ehrlichkeit und werden sonst den Herausforderungen, die nicht vor uns stehen, sondern in denen wir mittendrin sind, denen werden wir sonst nicht gerecht. Ehrlichkeit muss schon bei der Geschichte beginnen. Haben wir die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen? Hat die Ukraine in unserem Geschichtsbild in Deutschland, hat sie den angemessenen Platz? Der Historiker André Portnov wird uns in diese Frage einführen. Ich freue mich sehr, André, dass Sie hier sind. Es wird dann dazu eine Diskussion geben und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Der EU-Beitritt der Ukraine ist die Herausforderung der kommenden Jahre. Wie kann Deutschland die Ukraine auf dem Weg in die EU begleiten? Das diskutiert morgen früh ein hochkarätiges Podium, ein politisches Podium. Und der Donnerstagnachmittag, also morgen Nachmittag, ist der Zivilgesellschaft gewidmet und den Veränderungen und Handlungsoptionen, die sie hat. Wir müssen stärker, wir müssen wirkmächtiger werden. Und das ist durchaus auch an uns in Deutschland, an die deutsche Seite, auch an die deutsche Politik gerichtet. Wir brauchen wirksame und funktionierende Institutionen und Formate für die gesellschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus und des EU-Beitritts. Wir haben viele Fragen, viele Aufgaben, viele Themen. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir hier den Rahmen, das Format haben, in dem wir sie besprechen und durchdenken können. Ich bedanke mich an erster Stelle bei allen Teilnehmern aus der Ukraine, die angereist sind, um mit uns zu diskutieren, trotz des Terrorangriffs vom Montag. Ich bedanke mich auch bei denen, die kommen wollten, die aber kurzfristig das Land und ihre Familien nicht verlassen konnten und die uns jetzt online zugeschaltet sind aus Kiew und aus anderen Städten. Ich bedanke mich natürlich bei der International Renaissance Foundation, unserer ukrainischen Partnerstiftung, mit Oleksandr Suschko, der gleich zu uns sprechen wird aus Kiew und mit Ina Piluska, die heute hier bei uns sein kann. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren deutschen Referentinnen und Referenten, auch bei dem tschechischen Referenten, den wir haben. Alle von Ihnen sind seit sechs Monaten im extremen Ausnahmezustand, in der öffentlichen Auseinandersetzung. Sie arbeiten täglich und Sie setzen sich ein für ein Verständnis und für eine Solidarität zwischen der Ukraine und Deutschland. Ich bedanke mich nochmal auch bei Titiana Lopaschuk und ihrem tollen Team. Für Titiana ist es die achte Jahreskonferenz und ich bin einfach nur froh, dass sie hier ist, dass sie jetzt bei uns ist. Mit den Kolleginnen aus Kiew sind sie seit fast einem halben Jahr jetzt in Berlin. Und im Moment leitet Titiana einfach mal zwei Teams und organisiert die Jahreskonferenz. Dann bedanke ich mich auch bei unserem wunderbaren Beirat. Wir haben einen Beirat der Kiewer Gespräche, mit dem man herrlich zusammen nachdenken, planen und arbeiten kann. Das ist Rebecca Harms, Wilfried Jilge, Gabriele Freitag, Miriam Kosmel, Marie-Luise Beck und von den politischen Stiftungen. Tim Peters von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Anna Kravtschenko von der Friedrich-Naumann-Stiftung und Johannes Vosswinkel auch von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und bei der ganzen Heinrich-Böll-Stiftung bedanke ich mich nochmal extra, weil die ist dieses Jahr unser Gastgeber hier in der Stiftung. Und natürlich bei dem Team Sperrfeld, die alles wunderbar für uns vorbereitet haben. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei dem Auswärtigen Amt, das unsere Arbeit finanziert. Das ist speziell, also das Referat S03 und natürlich der ukraine Arbeitsstab. Und Jean-Pierre Fröhli ist entweder schon hier oder wird morgen auch kommen. Sie begleiten unsere Arbeit finanziell und auch politisch. Schließlich abschließend geht mein Dank an Inna und Martian Nelles. Das sind Autoren einer spannenden Studie zum Konferenzthema. Die haben wir vor wenigen Wochen in Auftrag gegeben. Die liegt aus und Sie finden sie, wie alles Wichtige zur Konferenz hier, auf diesem QR-Code. Da ist auch die Studie drauf. Und jetzt möchte ich sehr empfehlen, dass Sie die lesen. Auch wenn es kurzfristig ist, aber wir wollten sie morgen auch in dem zweiten am Nachmittag diskutieren. Also wer Zeit hat, liest sie gerne. Die Studie kommt zu einem tröstlichen Schluss. Die deutsch-ukrainischen Beziehungen sind zwar schwierig, aber sie sind immerhin besser als ihr Ruf. Und auf dieser positiven Note möchte ich meine Begrüßung abschließen. Ich wünsche uns allen gute Begegnungen, gute Gespräche und übergebe jetzt das Wort an Alexander Suschko aus Kiew, wenn das jetzt technisch gut möglich ist. Vielen Dank. Ich danke dir für die Frage über die Ukraine und unsere Partnerschaft. In general, die 17-jährige Konferenz ist eine große Geschichte, eine große Geschichte. Ich kann sagen, dass ich in diesem Moment, in diesem Moment, Ich will in diesem Moment bedankt всем, кто стоял у Витаха, кто работал все эти роки, несмотря на очень unterschiedliche политические условия для такой współarbeit. Тем не менее, сейчас мы в новых реалиях, в реалиях, которые мы не выбрали, und die ermutigte uns bei anderen zu beurteilen unsere Arbeit, insofern auch unsere Bereitungen. Insofern, ich möchte jetzt jetzt mit Ihnen in Berlin sein, aber es wird sich um die Realität zu beurteilen. Und ich freue mich, dass meine Kollegen Inna Piedlusska hier ist. Und deswegen ist es nicht so wichtig, dass ich hier bin. Aber es ist auch ein Wichtigeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses. Und auch sie sind, die von uns nicht in vollständigkeit sind. In diesem Zeitpunkt, was passiert in diesem Jahr? Es ist schon gesagt, und hier gibt es keine Überraschung, dass eine große Schockung für uns für uns ist die europäische Agenheit. Das ist, dass wir über die Hilfe, die Niemczech wünscht, die Niemczech wünscht, die Ukraine und die Ukraine. Wir werden über diese Dialoginie sprechen und über das, wie wir besser arbeiten, Wir müssen zusammenarbeiten, zusammenarbeiten mit deutschen Institutionen, mit politischen Fähigkeiten, mit denen, die die Entscheidungen machen. Das ist, dass wir maximizieren die Hilfe in der Schmerzen, die heute sehr wichtig sind, auf die Ukraine und die Demokratie in Europa ist. Und hier geht es auch über die Reichweilung der Ukraine, die sehr wichtig ist, weil, ehrlich gesagt, es hilft, sie zu behaupten. Und es ist nicht unser выбор, aber es ist unser Objekt, zu gehen von diesem Krieg zu kämpfen. Das ist auch die ökonomische Unterstützung, weil die Ukraine betrifft sehr viel und finanziellte Wert für diese kämpfe. Das ist auch die größte Herausforderung. Also, hier ist die Rolle der Nürnberg sehr wichtig. Außerdem ist ein neues Denken порядок, mit dem, dass die Ukraine eine neue Statsache für die Europäische Sitzung ist, ist ein kandidat für die EU. Und hier auch, und ohne Ausstellung der Rolle der Niemczech schlägt. Aber, nachher zu meiner Worten, ich möchte noch einmal sagen, noch einmal über den Niemöchen-Ukraine, der war so sehr aktualisiert. Ich denke, dass wir heute haben wir mit der Wahrheit in der Geschichte die in der Geschichte des Ungesund-Niemes-Niemes-Niemes-Niemes-Niemes-Niemes, eine massive Diskussion, die wieder einmal geschahend, dass niemand gebetet hat. Aber sie hat sich sehr viel wichtiges und bereit zu helfen, die 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 Leute in der Nähe des Drachen brauchen. Die Leute in der Nähe des Drachen nicht so intensiv waren mit Niemetrie. Und die Leute in Niemetriebe nicht so intensiv waren mit Niemetrie. wie dieses Jahr. Und das ist ein großer Schuss, obwohl das ist ein großer Schuss, aber das ist ein großer Schuss, dass wir nachher besser nach dieser Geschichte werden können, dass wir jeden in einem sehen, einen in einem partner, anderen verstehen, dass wir, возможно, eine Motivation, настроien, Emotionen, aber auch, dass wir auch ein Ratsuner ein für einen, dass wir einfach besser werden, dass wir uns einen zu wissen. Und das ist ein großer Schuss, ein großer Kapital. Ich denke, das hilft einem in Zukunft besser, besser прогнозieren, unsere Begründung, Ich glaube, dass es uns ein sehr guter Straten gibt, in dem Sinne, wo es geht um die Zusammenarbeit von der Ukraine und der Niemöse-Gromadienischen Gesellschaft. Ich denke, dass es einem großen Wissen gibt, dass wir uns alle Zusammenarbeitet haben, die politische Gesellschaft, die Gesellschaft, die Gesellschaft, die Gesellschaft, die Gesellschaft, die Gesellschaft. Ich glaube, dass wir in dieser Krieg, dass wir viel stärker werden, dass wir auch dafür haben, dass wir viel stärker werden können, dass wir eine Art und 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 eine Art. Vielen Dank für diesen Beitrag und ich hoffe, dass er sehr gut ist und wir alle bekommen eine große Herausforderung von den Diskussionen, die uns bevorstehen. Danke, Stefan, danke, Kollegen. Ich gebe dir das Wort zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . . Vielen Dank. . Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. Wir haben auch einen Kursen-Nationen-Anziehungsweise für Anwaltes-Korrup-Süd-Programmungen. Wir haben auch eine Konkurse-Nationale-Korrup-Süd-Büro. Wir haben eine erste Einschätzung, die Sie in diesem Bereich wurde. Wir haben eine erste Versorgung, die wir in diesem Bereich sind, in diesem Bereich. Und dass wir eine Community-Deputaten und die Mitglieder der Gegend sind. Ich bin der letzte Woche, ich habe mich mit Frau Strack-Cimmermann, das ist einer der знanensten in der Ukraine, die Mitgliedstaaten. Und wenn sie in die Saison-Saison, weil sie sie spielte, wenn wir uns gesiedet haben, obwohl wir nicht anonsiert sind, aber es war einfach ein Spielpad. Wir wissen, dass es die Ova-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Wir wissen, dass die Probleme, die jetzt vorbezüchern sind, die wir in Deutschland leben, 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 das alles mit dem Zeitpunkt, das alles zu verändern und zu uns. Ich wollte mich überwältigen, dass die deutschen Parteien, die mit einer Koalitions-Koalität, zwischen den Oppositionen und den Parteien, zwischen den Parteien, die die deutsche Koalitions-Koalität, die wir aktiv und schneller verantwortlich sind. Wir verstehen, dass die Parteien und die Parteien und die Menschen, die wir immer wieder daran denken, wir werden es immer wieder daran denken, danke euch als parlamentarier und parlamentarier. Wir wissen auch, dass eine nichtformalte Mehrheit für die продолжität dieser Umgebung, insofern und tanker. Wir sehr期待 uns, dass diese Mehrheit sich in konkretes Entscheidungen beurteilen, denn, wie wir sehen, heute Morgen, Er ist ja so, dass er noch mehr probierungen für uns, für unsere Freunde, für unsere Zukunft. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren eine gewaltige Arbeit haben, Ich glaube, dass wir in ближайшem Zeitung Wir erhebenen und steigende Arbeit unserer Energie-Systeme und, of course, werden wir weiterentwickeln, dass wir die Energie-Elektroenergie in Europa, in der EU-Sоюze, um zu unterstützen, dass wir die Energie-Energie-Balans unseren Partnern haben. Nämlich sind wir mit unseren Ländern, und ich glaube, dass wir einen Weg geben können. Vielen Dank. 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 ... 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 Er versteht, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann, dass er diese Krieg nicht gewinnen kann. Es geht nicht auf der Welt, sondern auf der Welt, die in den Menschenrechten sind, die auf der Welt ist, 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 die auf der Welt ist. Die Systeme röste. In Ukraine gab es Probleme, weil, was wird von Russland? Russland hat sie immer mit der Ukraine verabschieden. Es gab keine Reaktion-Alternative, aber es gab keine Grunde für eine Stabilität in der Ukraine. Es ist nicht klar, dass wir heute darüber sprechen. Und schon hat es schon wieder weiß. Es ist heute überwältig. Es ist immer wieder so wichtig. Es ist immer wieder so wichtig. Er ist ein Veränderungsgericht, er ist ein Veränderungsgericht, er ist ein Veränderungsgericht. Und die Antwort ist, dass sie nicht mehr und mehr übernommen hat. Insofern der Anhexie Krim und der Schöpfung auf der Schöpfung auf der Schöpfung, in der Schöpfung auf der Schöpfung auf die Schöpfung. Die Schöpfung auf die Schöpfung auf die Schöpfung auf die Schöpfung auf die Schöpfung. Ihr abonniert den Schöpfung auf die Schöpfung auf die Panz gratis moisturisiert den Schöpfung. Die Menschennenバフィー wollen dominieren krefyоров und ohnelage oder gegen Lets paziente expon��면 năm 2000 vor der Schöpfung. Ich möchte rigorosusement sagen, dass es Dinge nicht rechtskility ist. Aber ich sage, dass wir in den Zielen und in uns ein anderes Gespräch haben. Ich habe die Debatte in 2014, in der Bundeskarte, in der Bundeskarte. Ich habe schon gesagt, dass unsere Energie-abhängigkeit von der Russie von der Bundeskarte wird und dass es uns beurteilt wird, und dass es uns beurteilt wird. Und es ist auch nicht gefährlich. Ich vermische, dass sie uns darüber nach vorne, dass der Schweizer Harriet Abwell wurde, genau dieses Thema. Und genau das ist, dass ich heute hier sage, dass wir, dass wir auf der Ukraine stehen. Wir stehen auf der Ukraine, und wir werden die Ukraine stehen auf der Ukraine, liebige Freunde. Ich glaube, dass Deutschland um die Ukraine zu unterstützen, dass sie viel mehr und mehr. Einige Antwort auf die Российскую agresionierung ist, dass es nur die Ausführung, die Ausführung, die Ausführung zu unterstützen, die in der neuen Phase des Krieges. Das ist unglaublich wichtig. 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 Jessie zu machen. Das ist liquid, die возможно bring. Das ist unglaublich wichtig. Das ist unEEich merk. Das ist unglaublich. Das ist das zu rech İşte, die ifs zarter und die destroyinge историяなので müssen, die die Fucking-ну OUT stuffing, ist es st tocar. Die Wirtschaft'm wille ich suchen. Das ist eineWhy, die wir das, wie die Regierung, wie die Regierung, damit die ukrainischen Bürger fühlen sich in der Gefahr. In Deutschland haben wir schon viele Jahre. Wir können überall sehen, dass wir die ukrainische Parapur. Einmal kritisiert sich, aber es ist eine andere Symbolik. Das ist eben auch ein Bekenntnis zu öffnen. Das ist eben auch ein Bekenntnis zu öffnen, die Menschen in der Ukraine. Und zeigt, dass die Ukraine beurteilt für uns, für die Freiheit und die Demokratie, für unser demokratisches Gesellschaft, für unsere ценности. Das ist eben auch ein Bekenntnis zu öffnen, die wir in Deutschland machen müssen, um die kulturelle und kulturelle und identifizierung zu beurteilen. Ich habe mich mit Sebastian, mit der Es ist die Unterstützung der Ukraine. Es ist nicht wichtig, dass er das Zeichwort erinnert. Nein, er ist es für seine Bücher, für seine sehr gute Literatur. Aber es ist wichtig, dass es zu machen, dass es ist, dass wir es wichtig sind. Es ist wichtig, dass wir es wichtig machen können. Ich möchte viel mehr über die Überschritte, viel mehr über die Überschritte, mehr über die Überschritte, mehr über die Überschritte, über die Überschritte und die Überschritte. Und mit diesen Fragen ich will ich in Zukunft befreue. Schöne Damen und Herren, wir haben 17-jährige Konferenz für die KIEF-Dialog. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele. Das habe ich auf dem Maidan gehört. Ich möchte mich auch mit dem Maidan. Ich möchte mich auch mit dem Maidan sagen. Ich will sprechen über die Überschritte, die Ukraine beherberg, die Ukraine will stehen. Wir sprechen über die Überschritte, wie wir können uns mit dem Land über die Freiheit und die Freiheit und die Freiheit. Wir haben so viel mehr über die Überschritte. Wir können so viel mehr als wir haben. Wir können weiter leben und weiter leben. Wir können weiter leben und weiter leben. Wir sind eine Liebe. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Warum? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . Warum? Why? 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 Das ist die Möglichkeit, die Ukraine zu verstehen und zu erinnern, wie eine gewünschte Partnere. Und auch die Möglichkeit, die Ukraine zu verstehen und zu erinnern, dass die Ukraine, Dmitry Chijewski, Lesa Ukrainer, Jürich Klen, Olesandr Dovgenko, Roman Rostolzky, Wiktor Petrof und viele andere, dass sie alle sind Ukraine. Ich habe mich auf die Leute, die ihre Schleuchten zu verbreiten, die ihre Schleuchten zu verbreiten. Also, alle diese Leute auch niemals. Wir beginnen mit dem Schleuchten zu sprechen, über diese Menschen, über diese Menschen, über diese Menschen, über sie, über sie, über sie, über sie. oder über Maksima Budkiewicz, Maksim, mein Freund, ein Freund, der ständig kämpfler für die die der die 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 Es ist wichtig, dass diese Asymmetrie ist, dass diese Asymmetrie existiert und weiter arbeiten. Weil es nur die aktuellen Probleme gibt, das ist nicht genug. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich muss ehrlich sagen, zu sprechen über die Kolonisierung der Politik Russlands und über das Recht der Ukraine auf die Postkolonialen Perspektive. Wenn ich das sage, dann habe ich nicht auf die Geschichte, ich mache auf die Geschichte. Aber wir brauchen ein Verständnis und ein Verständnis, um eine neue Perspektive zu bringen, die da nicht mehr ist. Das ist möglich, später. Ein komplettes Überdenken in der Geschichte. Hier geht es nicht nur ein Verständnis für Deutsch-Historien. Hier geht es nicht nur ein Verständnis über die Geschichte von Nürnberg vor Ukraine, sondern auch ein Verständnis, dass der Ratsache nicht Russisch ist. Und wenn wir das gut verstehen, dann wissen wir viel mehr über Putin und andere Leute. Ein wichtiges Problem im Zusammenhang mit dem Zusammenhang ist, dass es ein Verständnis über Nürnberg in Ukraine ist. Ich glaube, dass es uns auch noch ein Verständnis über die Ukraine ist. Das ist ein Verständnis für Nürnberg für die Politik. Und ich hoffe, dass die Zukunft auch ein Verständnis über die Ukraine wissen. Wie kann man das Verständnis? Das ist ein Verständnis für die deutschen Politik. Und ich hoffe, dass auch die Experten, die aus der Ukraine wissen, dass sie auch ein Verständnis über die Ukraine wissen. Ich möchte sagen, dass in der deutschen Geschichte in den 80er und 90er Jahren es gibt einige innovativen Ideen für Russland und Russland. Ich habe in внимании Andresa Kappler und Gerhörter Simon. Ich möchte, dass wir diese Tradition heute mit unseren ukrainischen Kollegen haben. Mit denjenigen, die mussten die Ukraine wegnehmen, und mit denen, die bleibt. Es ist auch sehr wichtig, dass die Leute, die in der Ukraine sind, die Menschen sind. Das ist eine kurze Aussage. Das ist ein Moment. Meine Freunde aus der jüdischen Gemeinde Dnepro sagen, dass das und das ist. Ich denke, dass wir in dieser Zeit, dass wir in dieser Zeit. Wir sehen uns nicht schulden, wir sehen uns schulden, zum Beispiel für eine neue Europäische Europäische in Deutschland und die Ukraine, um die Ukraine zu sein, um eine neue Akademische Diskussion zu sehen, um eine neue Sprache zu veröffentlichen Europäische 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 Europäische. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, man kann Andréu Portnow nicht vorwerfen, dass er nicht direkt war. Andréü Portnow nicht sagen, dass er, dass er nicht direkt war. Ich glaube, dass er sehr direkt war. Ich glaube, dass er sehr direkt war. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir jetzt hier auf die Bühne kommen. Und so weitergehen können. Ich begrüße Sie die Mitgliedstaaten und bitte sie zu sehen. Ich begrüße Sie mit ihnen. Wie Sie sich fühlt? Sie sind die Parlamentarie, und Sie sind gerade nur hier. Wir haben alle gesehen, dass es in Ukraine vor ein paar Tagen passiert. Wie Sie sich fühlt? Wie Sie sich hierher gekommen sind? Wie Sie eigentlich von uns gekommen sind? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Ich glaube, dass sie in den letzten Jahren gemacht haben, aber ich glaube, dass alles in Ihren Augen ist. Und jetzt ist der historische Moment, wenn diese Fehler können Sie können. Wie geht es? Erstens, sagen wir über NATO. Die Ukraine hat gesagt, dass sie in den nächsten Jahren nicht mehr so haben. Aber ich glaube, es ist die Frage, dass es so ist. Das ist eine spokute, die Niemczech kann, insofern, insofern. Und in diesem Kontext, ich möchte zurückkommen zu allen, die jetzt in dieser Zelle sind. Freunde, ich bin politiker. Ich weiß, wie die politiker arbeitet. Die politiker reagieren auf ihre выбoreten. Sie machen das, was sie sie sagen, und sie sind sie ihre выбoreten. Ich arbeite in der Ukraine. Ich arbeite in dieser Zelle, aber wir mussten schnell reagieren. Ich habe eine große Herausforderung für Sie. Sie können Sie machen, dass Sie sich in die Kriegung der Ukraine und der Welt in der Europäischen Union. Sie können Sie heute kommen. Wenn Sie, bitte, e-mail, informatoren, eine Liste. Sie können Sie zu einem deputaten, der Sie sich in der Bundeskarte, in der Bundeskarte. dass Sie, bitte, e-mail, jeden из Mitglieds-Gene sheetiyorum, einem Minister für den Sie, dass Sie die in beurteilung, dass Sie die Auftragung des Mitglieds-Gene форм party einen genannten Niemetzungen bern buen-Hale-Nahitung. Das wird ihnen gemeinsam an unser Geheimnis im Europa und das, dass Niemetzin wird gewidenschaft und die Freiheit – von allen ukrainern, nicht nur von mir. Ich denke, dass wir es verstehen. Das ist ein Tipp zu tun. Ich möchte die Frage weitergeben. Ich möchte die Frage weitergeben. Ich möchte die Frage weitergeben. Ich habe das Buchbüro gemacht. Die Dokumentechnik, über die wir das Buchbüro haben gemacht. Ich habe das Buchbüro gemacht. Ich habe das Buchbüro gemacht. Ich habe das Buchbüro gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum Sie es uns gefangen haben. Da waren Fragen. Sie waren mit dem Aussagen, aber es gibt keine Namen. Vielleicht sind die wichtigste Dinge aus diesem Dokument. Und warum wir das alles anonimisch machen? Vielleicht ist das eine Frage der Vertragung. Vielleicht, wenn die Leute wissen, dass sie ihre Namen werden, das ihnen nicht sehr gefallen hat. Und deswegen sind sie nicht anonimisch. Vielen Dank. Ich unterstütze von Andréa. Es ist heute so viel Geld, dass es noch eine Motivation zu lernen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, dass es nicht eine Frage der Vertragung ist. Anonimisch ist in den Augen, in den Augen, garantiert die Freiheit zu sagen. Es ist nicht so wichtig. aber es war sehr repräsentativ. Es war sehr wichtig. Es war die Leute, die zu erzeugen sind, in den Augen, in Deutschland und Ukraine. Es war knapp 15 geringer Interviews mit dem Parlamentarieren, mit dem Parlamentarieren, mit dem Parlamentarieren, mit dem Parlamentarieren, Viele von ihnen sind heute hier in dieser Zelle. Und das hat mir gesagt, dass, dass, möglich, bestimmte Positionen, die offizienten Positionen, die mögliche beurteilung. Und genau dafür, dass wir nicht imítenusen, sondern wir haben die Probleme, die jetzt nicht funktioniert, ist, dass wir das Anonimum machen können. Wir haben das Anonimum gemacht. Ich habe es nicht einmal gemacht. Wir haben das Wissen. Ich habe die Aufwärterung des Wissen, das wir im Unternehmen. Wir haben die Aufwärterung des Wissen, wir haben die Einwissen, die unsere Experienste und die Gesellschaft und die Länder, für uns das die Dialog zu machen. Wenn ich kurz nachfragen würde, könnte ich gerne, wie es das Vertrauen ist, wie es die Vertrauen ist? Wie ist die Vertrauen? Das ist wirklich der Moment, wenn man sich ein Resultat hat, dass ein Verlangen ist, ein Moment zu sehen. Ich habe niemals gesagt, dass die Verlangen sind. Das sind die Emotionen, die Ukraine und Niembringchen vollständig erwähnt, vollständig erwähnt, nicht in kommunikation, nicht in kommunikation, in kommunikation, aber in der Wahrheit ist, dass diese Gesellschaft, die jetzt beurteilt ist, dass wir uns auf eine neue Ebene ist, um eine neue Ebene zu verstehen und die Zusammenarbeit in den Interessenen. Und wie heute schon gesagt hat, eine gute Nachfrage für diejenigen, die diese Forschung ist, dass die Zusammenarbeit, die in der Praxis, auf der Ebene der Ebene, auf der Ebene der Ebene ist viel konstruktivierter, als sie ihre Reputation dass die Kommunikation und die媒體-medienste ist. Das ist eine diskussionale, die, an mir selbst, die, manchmal, oft von jürgen-verlettern. Und es ist eine gewisse Wissen, eine gewisse Wissen zu stebenen. Und wenn man diese Wissen durch die Medien geht, dann ist, dass sie in der Krise sind, die nicht auf die Wahrheit ist. Und wir sagen, dass es so eine Art und klinische Wissen ist, eine gewisse MIS-kommunikation, eine gewisse Wissen, eine gewisse Wissen, eine gewisse Wissen zu ungewöhnlichen Verwissen, und die historische, durch die Prüfung der Russen, die wir uns als Nationen, aber es ist eine große Wicke für die Möglichkeit, wie wir den historischen Moment nutzen können, und zu verbessern unsere Zusammenhänge. Wir fokussieren uns auf die Zeit, genau auf der Zeit, auf der Zeitung, 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 und auf der Zeitung, was schon passiert. Ich möchte sagen, dass, der, vielleicht in 2008, war ein zweitiges Moment, aber aus 2014 Niembrich ist der wichtigste Partner und die Ukraine in der deutschen Wiener. Die reforme und der Zentralisierung ist eine große Herausforderung, die jetzt unterstützt einem einen Teil der Niembrich. Es ist ein Teil der Niembrich, der Niembrich den Niembrich unterstützt. und das ist einfach das, dass sie nicht kommunizieren. Es ist so. Es ist so, wie Niematschina, wie es nicht möglich ist. Es ist so, dass sie mehr bekannte, dass sie nicht mehr bekannte, aber es ist einfach nicht kommunizieren. Denn die Menschen, die sehr schrecklich und kaltige Pfeffer, die nicht sagen, was sie machen, sondern sagen sie über die, was sie nicht machen. Und deswegen entsteht so ein Gefühl, dass sie ihre Unterstützung nicht überprüfen und nicht überprüfen. dass wir, zum Beispiel, dieser radikalische Bewegung auf 180 Grad von Stratégischem Partner in Russland, die möglich ist, dass man eine bestimmte Sturikste steuner, die nicht verdienten, dass man eine gewisse Position der Niemache, die eine Veränderung auf der Ukraine-Demokratie, die wir in der EU-Demokratie haben, Und er hat die alle politischen politiken und verstehen, dass das оруж ist, dass das Geld ist, um zu reduzieren, um zu gewinnen und zu gewinnen, um zu gewinnen und zu gewinnen. Danke. Ich frage mich ehrlich gesagt, ich frage mich zu fragen, und ich frage mich zu fragen, dass ich nicht so dass es eine Probleme zwischen dass es zwischen zwei Gesellschaften ist das Problem in der Vertragung, weil Niemczech nicht genug kommuniziert oder, wie schon gesagt, dass Niemczech in 2008 Niemczech eine Verwaltigung der Ukraine in NATO ist. Oder ist es eine andere Ursache. Das ist eine große Meinung nach, die Sie von mir hören können. Ich möchte, Frau Nell, däkkuje, für die sehr korrektige Sprache, dass sie eine Advokation in Niemczech sind. Das ist sehr справедlich. Und was für die Wahrheit der Niemczech, ist nicht mehr über eine solche Position zwischen dem und dem. Es geht um das Leben der Ukraine. Die Ukraine hat absolut das Leben auf das Leben. Und sie kann nicht mehr davon auswählen, dass sie ihr Leben leben. Meine Meinung ist so, dass hier nicht nur die Kommunikation ist, sondern auch die Diener Niemczech, die nicht genug ist. Wir glauben, dass sie nicht verlassen sind, weil sie nicht verlassen sind, weil sie nicht verlassen sind. Warum? Die Bundesrepublik Deutschland, die in den letzten Jahren, viele Jahre, ihre внутренние отношения sind. Wir haben hier wirklich viele verschiedene Probleme. Wir befinden uns hier in Berlin. Die Bundesrepublik ist sehr viel, was heute nicht so ist. Die Bundesrepublik Deutschland muss zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass sie eine soziale Gemeinschaft, die sie in Deutschland müssen. Die Bundesrepublik Deutschland seit 2007 Jahren wissen, dass sie sich modernisieren, Wir haben nicht finanzieren, mobilität, infrastruktur und so weiter. Und weiter. Niemczech ist ein Land, für eine gute Einwohnung und soziale Garantie. Aber wir haben für das eine sehr höhere Einwohnung. 23 % investieren in die Gesundheit und die soziale Einwohnung. Ich verwende, dass wir die Bühne und die E-möglichkeiten haben. Die Investition in soziale Einwohnung hat, dass wir eine gute Garantie, eine gute Bezpiele, eine gute Einwohnung aus Russland zu geben, eine gute Energie aus Russland zu kaufen. Für mich im Jahr 2008 war mein Chef, ich konnte ihm nicht telefonen. Ich wusste, dass ich, wenn ich eine Proposition für den Bundestag kommt, dass ich im Jahr 2014 nicht wusste, dass unsere Antwort auf die Anhexion von Krim und die Krieg in Südkriebe wurde. Ich bin und habe auch noch in Hades. Ich kritisierte es im Jahr 2016-2017. Ich kritisierte es immer noch. Ich habe mich für mich in die Wahl, und ich wusste, dass es eine Anhexion von Krim. Aber keine Realisierung, keine Tülen, keine Tülen, keine Tülen, keine Tülen, keine Tülen. Ich habe mich über die Wahl, keine Tülen, keine Tülen, keine Tülen, keine Tülen, keine Tülen. Ich habe mich über die Tülen, keine Tülen, keine Tülen, keine Tülen. Das bedeutet, dass wir nicht mehr Tülen, keine Tülen, keine Tülen, keine Tülen. Es ist mir gefreut, wenn ich mit dem Krim zu kommen, dass ich mit dem Krim, er lange Tülen, dass die Unternehmen nicht mit dem Krim. Ich glaube, dass wir die EU-Fraktion nicht behalten, dass wir die EU-Fraktion nicht brauchen. Es ist wichtig, dass es diesen Konsensus zu beobachten ist, und dann kommen die Dinge, wie ich verstehe, dass Sie noch im HDSHSS sind, dass Sie noch im HDSHSS-Demokraten sind. 28 februar, 600 голосов pro-agresur, 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 pro-agresur und pro-agresur. Ich sage, dass Russisch diese Kriegung muss, aber sie muss diese Kriegung zu gewinnen. Das bedeutet, dass sie auf die Grenze, bis zum 1. März. Ich frage mich. Ich frage mich noch nicht, wenn ich noch fragen, ob Sie zwischen christianischen Demokraten sind. Das ist das Verwärmste, das ist das Verwärmste. Das Verwärmste, Herr Pornow, können Sie uns erklären, warum, dass ich während der Wahl in Bundestag, ein Jahr vor dem, die christianische demokratische Demokratie wollte, dass ich ein Projekt für die Vorderung des Vertrages. Ich habe dann, wenn ich über Россию veröffentlicht, um 20 Fragen zu stellen, 20 Antworten und 20 Antworten. Und ich habe meinen Kollegen, wie ich die Fraktion nicht veröffentlicht, weil die Partie nachdem, dass wir wollen, Wir müssen die E-möglichkeit nutzen, und wir werden die E-möglichkeit nutzen. Wir glauben, dass es die E-möglichkeit der E-möglichkeit ist, die wir über die E-möglichkeit haben. Aber wenn wir die E-möglichkeit haben, Armin Laschet, wir stehen vor den Fragen. Ich verstehe mich. Ich frage mich und werde mich zu Lübmille Mellnick. Ich sage, sie ist nicht so, dass sie nicht so, dass sie eine Freundinung des Kollegen von Herrn Melnick ist, aber sie ist eine Experte für die Frage der Niemesko-Ukraine und die Zusammenarbeit der Niemesko-Ukraine und die Zusammenarbeit der Niemesko-Ukraine. Ich glaube, dass es diese Frage nach dem Thema ist, wie es die Frage nach dem Thema ist. Und nach der Escalation des Krieges sind wir, dass wir diese Frage nachdenken. Ich glaube, dass in Ukraine niemand nicht verstehe, warum wurde das решение gemacht, um dieses Projekt zu machen. Wir haben viele Experten aus Niemczech in die Ukraine, diskutiert über diese Frage. Und die deutschen Experten immer gesagt haben, dass das, was die ukrainienste sagen, das ist eine Emoziehung. Das ist nicht die Grundlage des Diskurses. Und sie sind nicht die Emoziehung, sie sind die Visionen, sie sehen, sie sehen. Und jetzt sehe ich, auf diesen Konflikt zu sehen, welche propositäten aus der Ukraine kommen. Und diese propositäten in Niemczech nicht zu nehmen. Ich glaube, es ist, wie möglich, dass es diesen Projekt ist. Man kann auch sagen, dass sie sagen, dass sie sagen, dass sie sagen. Ich muss sagen, dass wir so vieles zu sehen. Ich muss sagen, dass wir nicht kulturelle Kulturelle und das, was sie heute gesagt haben, Systematisch zu verstehen, wie gesagt, Herr Portnoff. Systematisch zu verstehen, dass wir uns die Wahrnehmung, dass wir uns die Wahrnehmung, dass wir uns die Wahrnehmung haben. Ich habe über das Wort gemerkt, und es ist wirklich nicht das erste Mal, dass wir uns die Wahrnehmung haben. Aber sie müssen uns die Wahrnehmung durchführen, dass wir uns die Wahrnehmung und die Wahrnehmung, Und wie die Ukraine, wie die Niemischen, wir nicht sagen, dass sie etwas позitiv ist. Wir immer проверяем, dass es nicht so ist. 2014-го года niemesko-ukrainske отношения, sie переживают какие-то krisen, und wir müssen damit arbeiten. Wenn wir sagen, dass wir diese Veränderung wollen, dann ist der Kiewer-Gespräch. Das ist der einzige Forum, in dem wir uns zu sehen, ist, dass wir diese Veränderung für die Strategische Veränderung haben. Nein, das ist nicht genug. Wir brauchen mehr Formatoren, in denen wir sprechen, über die Werte und die Systematische Werteidung. Ich wünsche euch das einen Moment. Diese Asymmetrie, sie ist. Und es braucht es zu verstehen, dass wir nicht richtig kommunizieren können, über die Ukraine in deutschen Gesellschaft zu kommunizieren. Wir haben keine finanziellen Ressourcen für das, um die Ukraine zu zeigen, um die Ukraine zu verändern, um die Ukraine zu verabschieden, um die Ukraine zu verabschieden. Aber ich denke, dass ich mir in diesem Diskussion nicht fehke, dass ich darüber sprechen, was Niemczech besser kann, und immer wieder auf die позitivitäten. Das ist mir nicht fehke. Wir werden versuchen, dass wir über die позitivitäten sprechen. Ich komme zurück und stelle Frage zu Herrn Janchenko. Ich habe eine Geschichte, die ich in der Geschichte der Ukraine habe. Ich habe zwei Zahlen. Ich habe eine Geschichte, die wir in der Ukraine leben wollen. Ich habe eine Geschichte, die wir in der Ukraine leben können. Und die wunschungste Wiener Hitler-Würfe hat in Ukraine. Es ist nur 5% von Russland, die Ukraine war, die in der Ukraine in der Ukraine. Die Deutschen in einer historischen Aussprache sind, die nicht genug ist, dass sie in uns dieses Problem haben, dass sie es ist. Das ist eine sehr gute Frage, und ich danke Ihnen für das Thema. Und ich möchte sagen, dass nicht nur Hitler, sondern auch Stalin, russisch und russisch, russisch und russisch, dass sie nicht nur Leute, dass sie nicht nur Leute sind, dass sie nicht nur Leute sind, also sie müssen, sie müssen, sie müssen, sie müssen, sie müssen, sie müssen, sie sind und so weiter. Was ich glaube, dass es nicht normal ist in dieser Geschichte ist, dass das, dass die Ukraine, dass sie noch viel mehr, als Russland, während der Zweiteilung der Zweiteilung, dass alle, sagen wir so so, die E-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we. Wir müssen hier in der Zeitung wichtig und behofftien und Er ist wiederum, dass sie sich in diesem Sinne des Worten haben. Das ist mehr als 400er Jahre altes Diener wurden für die letzten 8 Jahre altes Jahrzehnte. Viele von ihnen wurden geschwaltiert, gesagertiert und so weiter. Das ist das Wichtigste, Europa nicht in den Jahren II. Ich frage mich, wo es diese Verantwortung und das Niemöse-Liederschaft ist? Vielleicht ist jetzt ein bisschen zu tun, um jetzt hier ein bisschen zu ändern, um die Welt zu ändern, um die Europäische zu ändern. Wenn es eine Art und 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 eine Art, um sie zu ändern, um sie zu ändern, um sie zu ändern. Und wiederum, dass ich, Niemczech habe viele Fehler gemacht in ihrer Geschichte. Aber jetzt ist es möglich, es zu verabschieden, zu verabschieden, zu verabschieden, zu verabschieden. Ich sage es wirklich zu machen. Was ich noch zu verabschieden? Ich denke, dass du diese страшige Abströle, die in der Ukraine vorhanden sind, und sie weiterentwickeln. Die Kinder sind in der Übrigen, nicht in der Übrigen, in der Übrigen, in der Übrigen. Die Kinder nicht in der Übrigen, weil sie in der Übrigen, nicht in der Übrigen, die in der Übrigen. Aber nur nach dieser Abströle, wir bekommen die erste Ausstellung von der Übrigen. Das ist die Stimme der Übrigen. Nur nach einer der Übrigen wir bekommen eine Hilfe. Wir haben uns vor allem zu sehen. Wir haben sich gegen die Verbrechen aus sich. Wir haben uns in der Übrigen. Wir haben uns bei den Übrigen. Aber die ersten Ausstellung von der Übrigen. Aber dann, wenn wir sehen uns auf die Ausstellung von der Übrigen, wir haben gesagt, wir in allen allen Ecke, wir, die politischen Politik, die Journalisten, die Archivierenden, die Menschen, die Menschen haben, wir haben die Bilder von der Übrigen. Die Situation ist jetzt praktisch in jedem Ocup-Hurse-Hurse-Hurse-Hurse-Hurse-Hurse-Hurse-Hurse. just in 2002 году в европ с Paris. И тогда заявилась реакция. Под Лиманом мы нашли ещё одну братскую могилу. И поверьте, мы будем находиться, на превеликий жаль, такие братские могили в каждом визволенном месте. Однако великое питание, сколько еще времени пройдет, пока мы сможем исволить всю Украину? И сколько ещё безневинных людей потрапить в эти братские могили? Пока niener politiker denkt, ob wir die Leoparden mit dem Marder oder ob wir das machen, wenn wir das machen, wenn wir die amerikanische Menschen machen. Entschuldigung? Das ist mein zweiterer Tipp für heute, wenn wir schreiben e-mail und informatoren zu своим politikern. zaznaczte NATO, zaznaczte Protipowieträno-obrono und Leopardi z Marderami und auch zaznaczte, wenn Sie können. Ich würde mich überlegen, wenn ich Zeit habe. Ich habe Zeit, aber ich würde gerne eine sehr äußere Emoción und ich würde sagen, dass Sie sagen, dass Sie die Realität ist. Das, was passiert in den letzten Tagen in Ukraine, in den letzten Tagen in Niemczech 1000 Menschen fiel auf die Straße, die demonstrierten für die Ausstattung von Russland aus Russland. Ich war oft in Ukraine, ich habe viele Freunde. Für mich ist es sogar schwer zu halten. Ich frage mich, ob Herr Kieser-Wetter kann, oder Herr Mellner, warum diese Menschen in Niemczech gehen auf die Straße, warum sie nicht verstehen, was wir hier so emotional описieren? Ich denke, wenn man sich über die Politik und die Politik, dann muss man sich über die Kommunikation sprechen. Und jetzt, in dieser Zeit, wenn alles der Welt, wenn die Frage der Zukunft der Welt ist, kann man sich in der Kommunikation geben. Und ich kann mir vorstellen, dass später, im Zimten, noch mehr demonstriere, mittenger. Und das ist das Problem der politischen Verteidigung, dass die Menschen, dass die Zahl nicht das ist, was kann, dass es nicht mehr so ist. Und ich sehe, dass die Regierung das noch nicht machen, dass die deutschen Politik nicht so machen, dass sie das nicht sagen können. Wir können nicht nur die Auslösung der Frage stellen, dass wir jetzt alle Fragen haben. Jetzt haben wir Probleme mit der Verstattung von Gasen. Wir haben die Verstattung von Produkten. Aber das ist nicht in der Krieg, sondern in der Krieg, dass Putin in der Vergangenheit nicht auf unsere Gas-Gasen hat. Und wir müssen jetzt für sehr große Geld kaufen, diesen Gas in anderen Ländern. Und auch, zum Beispiel, die Länder nicht konnten in Bielorussien kaufen, und es gibt nicht mehr Bio-Gasen. Also, die Regierung muss erklären, was er macht. Jetzt haben wir in die Hand genommen 227 Milliarden Euro, um zu stärken diesen Effekt. Aber was passiert mit Russland? Wir haben viele Menschen in der Autoindustrie, keine Sensorien. In russischen Tanks gibt es auch die Siemens. Wir müssen auch sagen, dass wir 300 Milliarden Euro investieren. Wenn wir 1 Prozent nur die Ukraine geben, dann wäre es nur 3 Milliarden Euro. 300 Milliarden Euro in unserer Bevölkerung und 3 Milliarden in Ukraine. Aber mit Anfang des Krieges, 12 Milliarden Euro wir haben, als Geld für Gas. Das müssen wir uns zu erklären. Ich danke dir, dass wir hier darüber sprechen können. Ich möchte noch etwas sagen. Es ist in unserem Forschung. Потому dass Putin zu diesem Zeitpunkt bereit war, aber wir – nicht. Und das Frage Nord Stream 2, die eine Tänne nachher ist, um die Ukraine und Niemczechland zu betonen ist, weil wir uns die Tänne verantworten, dass wir, dass wir uns die Tänne verantworten und die Tänne verantworten, dass wir uns die Tänne verantworten, dass wir uns die Tänne verantworten und die Tänne verantworten. und die ist unbezüter und das der die 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 Und der Staat muss nicht nur die Grund, dass die Verlust des Zollsitzungen, sondern auch die, dass, dass, wenn jetzt die Ukraine gewonnen hat, und es wird мир, dass die Aufwärmung der vorherigen politischen politischen Stoffen mit Russland nicht mehr, weil es ist eine Frage der Stratégische Sicherheit der Niembringung. Und das hilft, dass wir aktiv arbeiten mit dem Und sie nicht brauchen, wer es ist, wie es ist, wie es in dieser войne ist. Aber es ist, dass die Regierung nicht nur über das, dass sie mit dem Zusammenhang mit der Ukraine, wenn wir diese Unterstützung brauchen, aber es ist, dass wir mit dem Zusammenhang mit dem Zusammenhang mit dem Zusammenhang mit der Ukraine. Und wir machen das so, dass es so schnell ist, dass es so schnell ist. Diese Koncepción der Ukraine-vermahein sehr wichtig ist, dass sie politikerinnen und vielleicht sogar auch in die Wahrheit, weil es sehr vieles ist, weil es sehr vieles von der Zweiteilung über die Zweiteilung der Zweiteilung ist, obwohl wir in der Zweiteilung wissen, dass sie sie kann, dass sie sie gewohnt, dass sie sie gewohnt, dass sie sie gewohnt. Er ist eine Geschichte, die wir nur auf Russland haben, wie eine andere Länder, über die Ukraine, über die Belarus, die sehr viel wert ist. Und jetzt ist der historische Moment, wenn Niemczech muss einen richtigen Weg in der Geschichte machen. Nicht nur helfen uns zu leben und zu leben, sondern helfen uns zu gewinnen. Ich bin von Luganschina. Ich bin der Stadt, wo ich 8 Jahre alt bin. Там живet ein Teil meiner Familie. Und, поверьте, jeden Tag zwölkungen – это новые жертвы. Галина уже сказала, сколько братских могил мы находим. Людмила сказала, что украины – визионеры. Просто поверьте, что танки сейчас допоможут нам знищить загрозу для нашей безопасности и допоможут нам врятать тысячи жителей, тысячи инфраструктурных объектов, которые потом не придется восстановить и так далее и тому подобное. Просто мы очень ценим эту позицию и постачание оружия, и она изменяет ход подій. Но также нужно дослушаться до реальных потреб с боку партнера и украинских войск. Генерал-залужник кричит «дайте танки». Также брак один из коммуникаций, который породит много напруги и породит много нерозумений с украинского боку – это просто отсутствие логического пояснения. Чему Німеччина, постачаючи нам State of Art, очень высокаякисную артиллерию и оружие, не может поставить нам танки, которые меньше стратегически, скажем так, небезопасными или секретными и так далее и тому подобное. Дуже много вопросов. И очень много мы висвитливаем в своем дослежении также с практичными рекомендациями, как это можно перейти. И остальная теза, что когда у тебя есть платежка, это не та цена, которую платит сегодня Украина, потому что в понеделок, наприклад, цими ракетами было пошкоджение 30% всей энергетической инфраструктуры страны. 30% за один день. Люди, не те, что там инколи без газа и без опаления, они уже без світла сидят. И у нас немає ресурсов, чтобы пережить этот опалювальний сезон. Поэтому в короткостроковой перспективе приоритетами поддержки Украины, и если мы говорим про отбудову, что это более комфортная тема для немецкого общества, где охотно берут лидерство, мы должны говорить о том, что нам нужно восстановить и защищать объекты критической инфраструктуры и помогать украинцам физически пережить эту зиму. Спасибо. Это все очень актуально, и мы все смотрим за новинами. Но хочу все-таки подивиться трошки на перспективу. Поворотный момент – это не одна момента. Это тривальный процесс. Поэтому вопрос, и прошу вас про короткие ответы, также до вас, пані Янченко. Когда Украина станет повноценным членом Европейского Союза? Он обмывался и сказал, когда ЕС, напевно, хотел сказать. Мы говорим про визию, так? Поэтому я перестрибую в будущее. И мне вразило, когда я был недавно в Украине, что будет всей оружием, которая сейчас есть в Украине. Люди мают оружие на руках, много людей мают оружие на руках. Но давайте про перспективу. Какая ваша оценка, когда Украина станет повноценным членом ЕС? Если бы это зависит от нас, то сегодня. И, на самом деле, я хочу вам сказать, что Украина докладает величезные усилия. За последние 8 лет проведена величезная кількість реформ. Не все, в том числе, антикорупційна. Не все ці реформи достатньо висвітлюються. Тому по отношению до Украины, в том числе, в Німеччине, все еще есть, я бы сказала, такие застарелі уявления. На сегодняшний день Украина не просто сильною в плане сильної армії. У нас, насправді, фантастично розвинені сервіси. И украинцы, которые перебиваются в Европе, они означают, что, насправді, много сервисов в Украине можно отримать швидше, комфортнейше, и они кращой якости. Это про работу нашего бизнеса, который достаточно креативный. Поэтому, насправді, я думаю, что на сегодня мы очень много сделали для того, чтобы быть повноценным членом Европейского дома. Но важно так же не только членство в ЕС, а и членство в НАТО. Почему это важно, друзья? И я вот прям хочу, чтобы вы подумали про это и продолжали про это думать. Путин не нападает на края, ну, принаймні ранее не нападав, а там подивимось, але не нападает на края, які перебувають в сильных и дієвых союзах. До сегодняшнего дня абсолютно божевельный маньяк Путин створил кризу в Молдове, это при Дністрове, напав на Грузию, напав на Украину, напав на Сирию. Путин не нападает на Украину, которые членами Великих Союзов. Поэтому членство Украины в Европейском Союзе и в НАТО – это питание про безопасность наших поколений. Чтобы наши дети, мои дети, которые вырастут и будут моего века, не были смущены снова, вдруг в своем жизни становиться беженцами и покидать свой дом, разлучаться с страной або втрачать своих родных и близких. Это тоже про ответственность Европейского Союза и про ответственность перед нашим будущим. Дякую. Дякую. Якщо реалістично подивитися, в якому році Україна стане членом ЄС, якщо можна так запитати? Знову ж таки, якщо б це залежало від нас. Але якщо говорити реалістично, власне, влітку ми отримали статус кандидата в члени і було прописано 7 пунктів, які Україна має виконати для того, щоб розпочалися переговори. На сьогоднішній день, якщо говорити про роботу українського парламенту, то ці 7 пунктів разом із безпекою і обороною є нашим повним пріоритетом. Ми плануємо виконати всі пункти до кінца цього року. І перейти до переговорів. Переговори, на мою точку зору, і це показує власне історія, можуть відбутися досить швидко. Були країни, які від початку переговорів до повного вступу в ЄС, це займало рік-два-три. Були країни, до речі, які вступали в ЄС і без переговорів. Тому, знову ж таки, це питання, друзі, до вас. І до того, як ви будете працювати зі своїми політиками, зі своїми представниками. Два-три роки. Хочу передати далі це запитання. Пане Кізеветер, які ваші реалістичні очідування? На мою думку, ЄС повинен теж реформуватися. Тому що бюрократичні структури стають все більшими і нема прозорості. Тобто, якщо ми розширюємо ЄС, то парламент європейський повинен мати іншу роль, коли ми приймемо Україну. Тобто, переважно, в 24-му році будуть вибори, в 29-му, я думаю, реалістично. Тобто, в цьому десятиріччі. Просто все треба робити для того, щоб до 30-го року Україна стала повноцінним членом ЄС та НАТО. Це потребує великих зусиль. Україна повинна вимагати, це важливо, але це також заклик до нас. Хочу сказати наступне. Після цієї війни буде зріст економіка, як завжди. Але Європа не зможе більше вести себе так, як раніше з країнами Східної Європи чи з скандинавськими країнами, які відмовилися зараз від свого нейтралітету. Нам потрібен інший Європейський Союз. Німці завжди говорять про ЄС двох швидкостей. Але може статися так, що ми будемо тими, хто буде їхати повільніше, а інші поїдуть набагато швидше. Дякую. Дивлюсь на годинник. В нас не так багато часу. Чи в нас є? Ще час я би дуже хотів взяти дельки запитань від присутніх тут у залі, надати можливість їм надати запитання. Або також ці люди, які дивляться стрім, вони нам, певно, пишуть свої запитання у чаті. Будь ласка. Дякую. Я хочу всіх, хто буде ставити запитання, прошу ставити запитання коротко. Дякую за дискусію, за відтвертість, за відкритість. Хотів би почути від українських колег, як ця зима, наступні місяці, що ми можемо конкретно зробити, щоб помогти? Особливо ці райони, які звільнені, регіони, як стабілізувати людей там, в цих регіонах, які зараз звільнені? Напевно, питання до вас. Саме головне, що можна зробити зараз, це, звичайно, протиповітряна оборона. Росія вже говорила про те, що їхньою цілью номер один буде енергетична і фактично теплова інфраструктура України. Вони хочуть заморозити нас до смерті, в прямому сенсі цього слова. Ми їм цього не дамо. Тому протиповітряна оборона. Те, що стосується друзів Айрісів, які ми отримали цього тижня. Це фантастично, що ми отримали аж одну установку на всю велику країну. Ви розумієте, що цього недостатньо. Ви розумієте, що разом з Айрісом ми отримали лише 48 зарядів до Айріса. Лише за один день в понеділок росія вистрілила по нас 84 разів. Тобто та допомога, яку надала Німеччина, нам вистачила би на півдня. Тому дуже важливо, щоб зараз німецький уряд підтримав свої ж німецькі кампанії, які би запустили виробництво боєкомплектів до тих же Айрісів. Крім того, це теж ідея, яку я прошу вас обдумати і поговорити з вашими політиками. Зараз є величезна кількість цих установок протиповітряних на кордоні України, тобто фактично в Східній Європі. Вони там стоять, але вони не потрібні, тому що Росія не цілиться по країнах НАТО. Використати ці установки для того, щоб закрити принаймні частину України, Західну Україну, і щоб ми могли перенести наші обмежені протиповітряні установки в Центральну і Східну Україну і захистити більше електричних і теплових установок. Це перше, це саме головне, на цьому треба сконцентруватися. Друге, і тут Німеччина теж досить сильна, нам потрібно очевидно, що нам доведеться відмовитися від газового обігріву і так далі. І тому дуже важливо забезпечити максимальну кількість індивідуальних котлів, які можуть працювати на альтернативному паливі, наприклад, на щепі, на дереві тощо, в ті регіони, які є деокупованими, тому що там інфраструктура і взагалі міста практично зруйновані в Щент. Міста, які ми визволяємо, там часто немає електрики абсолютно, водопостачання ніякого і взагалі. Тобто люди позбавлені всіх цих утілітіс. Тому Німеччина в цьому класна і ви би могли надати такого плану гуманітарну допомогу. Це дуже би допомогло пережити людям зиму і взагалі вести хоча б якесь життя. І третій інструмент, дуже простий і швидкий – це допомога у фінансуванні на закупівлю вугілля та газу. Тому що у сховищах України цього ресурсу навіть при мінімальному споживанні, за умови, що наша промисловість зараз не споживає майже газ за очевидних причин, вистачить максимум до лютого. Допоможіть. У нас є, нафтогаз, наприклад, працює і він знає, де цей резерв газу є, і він може бути викуплений, але фінансові ресурси зараз недостатньо. Тому на додачу до цього це просто допоможіть, будь ласка, німецький уряд закупити, виділити фінансування на закупівлю цих ресурсів для України. Гроші, зброя і вугілля. Тут ще було запитання. Дякую. Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека Українського аналітичного центру Фонд демократичні ініціативи. Зроблю комент до тієї допомоги, яка потрібна на деокуповані землі в Україні. Вкрай потрібні на цій території дизельні генератори, які би забезпечували електропостачання в умовах, коли цієї електрики просто немає на цих територіях. А це, як найперше, що потрібно для лікарень. Ми це добре знаємо з 2014 року по досвіду Донбаса, коли наші хірурги оперували при генераторах під лампою, яка під'єднана до генератора, а не до звичайної електромережі. І друге, це системи, спеціальні хімічні засоби для очищення води. Тому що в умовах, коли вода не працює, немає водопостачання нормального. Перша проблема, яка буде, це інфекційні захворювання і зараження. В Маріуполі вже був досвід такий, що, правда, ця територія окупована Росією досі. І я маю запитання до пана Кізоветера. Я працюю з темою дослідження війни багато років, війни Росії і України. І що я зараз бачу в експертному середовищі, в спілкуванні з моїми західними колегами, як тільки доходить до обговорення, яким чином військова поразка Російської Федерації на території України, яким чином це позначиться на процесах в Росії, і що Україні і Європі з цим варто робити. І у нас виявляються різні позиції. Для України очевидним є, що в разі військової поразки Росії на території України в Росії запустяться певні дестабілізаційні процеси, аж до можливого розпаду Російської Федерації в її нинішніх кордонах. І ми маємо бути готові до цього. В Європі ми зустрічаємо небажання навіть думати про такий сценарій, і відповідно ми попадаємо в пастку, коли, як я це собі уявляю, в разі якщо цей сценарій ставатиме реальним, якась дестабілізація внутрішня в Росії, Україні можуть просто в вирішальний момент цієї війни призупинити військову допомогу для того, щоб тієї самої нещівної поразки Росії не відбулося, і як наслідок, щоб не відбулося дестабілізації і дезінтеграції самої Росії. Як ви бачите це з німецької перспективи? Чи обговорюється в німецькому політику, що можна сказати назовні цей сценарій, і як нам знайти спільне бачення? Дякую за ваше запитання. Що означає перемога України? Це відновлення суверенності з Кримом, Східною Україною, і як мінімум в кордонах цього року. Це перемога України. Як його можна забезпечити? Міжнародні військові групи, щоб Росія більше не могла напасти. Також розслідування всіх злочинів військових, які Росія вчинила. ЗМІ в Німеччині і наші соціальні мережі про це не завжди говорять. І люди просто не являють, наскільки жахливими є ці злочини. Про це окремо треба говорити, тому що про це просто забувають. Ну, чи просто про це не говорять. Наприклад, я тільки згадаю мобільні крематорії, так? І третє, Росія повинна заплатити репарації. Тому що це є більйони просто, більйони матеріальні. Шкода. Як можна це людям відшкодувати, якщо депортують дітей, якщо катують людей? Тобто питання розслідування військових злочинів має бути на столі і тим треба займатися вже відразу. Що це означає для Росії? Росія – колоніальна сила, влада. Коли Путіна запитали в лютому, що вони хочуть за гарантії безпеки від ОЗА, то вони сказали, що кожна колишня радянська республіка повинна відмовитися назавжди від вступу в НАТО. Що колишні американці повинні забратися з Європи і так далі. Тобто, ну, проти хартії Хельсінської і Паризької хартії. Поразка Росії має бути поєднана з розслідуванням цих військових злочинів. Нам потрібний трибунал міжнародний і відшкодування матеріальних збитків шляхом репарації. І тоді ще питання. Хто прийде після Путіна? Путін 3-0? Чи, можливо, в межах Росії можливі інші рішення? Недавно Навальний сказав, що Росія повинна відмовитися від цього колоніального минулого, має стати федерацією. Каспаров, який вже давно не живе в Росії, сказав, що Росія має стати меншою, відмовитися від Дагестану, Четні, інших республік, які вона колонізувала, віддати їм їхню ненезалежність. Крім того, ще має відбутися внутрішній процес. Зараз за Росію воюють меншини, а росіяни втікають з країни. Це неперепустимо. Тобто Росії треба поставити чіткі вимоги і треба поставити чіткі умови, коли можуть бути зняті санкції. Тому що закінчення війни – це ще не є кінець Путіна і його режиму. Пані Мельник, ви хотіли теж відпочити. Це ідеальна картина. Те, що я бачу в німецькій дискусії, по-перше, в мене відчуття Німеччина включилася в режим очікування, що стосується Росії, хто прийде після Путіна, а потім ми будемо вже побудовувати наші відносини. Це небезпечна стратегія. Ми сподіваємося, що все закінчиться в парламенті. Ми, звичайно, про це розмірковуємо. І в уряді ті, хто є засновником Мінську 1 і 2, щоб вони не стали батьками Мінська 3. Це має все більше і більше комунікуватися в громадському дискусі. Те, чого не вистачає в дискусі, ми говоримо про війну Путіна, ми не говоримо про війну суспільства. І таким чином ми ще не зайняли чітку позицію стосовно Росії. Нам необхідно теж розробити свою стратегію відносно України. Деякі моменти ми просто не хочемо відкрито розглядати, як ми бачимо майбутнє з Україною. Я не знаю, що мені скажуть організатори. Останнє питання, вибачте, вибачте. До сьомої, в нас час до сьомої, чи не так? А, добре, добре. А, я думав, може в половину закінчуємо. Ні, то в нас ще 15 хвилин. Дуже, дуже добре. Тоді продовжимо наступне питання. Коротке питання до пана Кізи-Ветера. Так, передав. Є час, є час. 14 років тому, як ви в партії, що ви думали з приводу вступу в НАТО, і як ви це організатори? Я був в головному офісі ШЕЙП, де ми консультували це питання. Я був полковником, і з великим невдоволенням ми зрозуміли, що план вступу Грузії та України був відхилений. І Грузія теж не була прийнята. Я тоді зрозумів, 11 жовтня мене номінували в Кондистах, і я прийняв рішення. Я побачив розчарування не тільки німецьких офіцерів і офіцерів НАТО, розчарування в французькій і в німецькій політиці. Ангела Меркель і сьогодні каже, вона прийняла б те саме рішення. Ми зараз розуміємо, що це було неправильне розуміння, бо тоді вірили і думали, що необхідно якось піти на зустріч Путіну і східноєвропейські країни, такі як Україна і Грузія, були незрозумілі. Клаус Вітман, я колишній генерал Бундесверу і є доцентом історії в університеті Поцдаму. Я був вражений тим, що сказав професор Портнов в своєму зверненні, і я буду викладати новітню історію України. Починаю з цитати Кала Шлюйгеля, нам всім необхідно йти до школи, тому що ми всі звикли Україну розуміти як Росію. І це говорить найвідоміший історик нашого часу. Питання, 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 будь ласка. Так, добре. Можна мене коротко перепитати, запитати пана Кізи Веттера? Саме те питання до того можна було зрозуміти так. Якщо ціна за перемогу України буде дестабілізація Росії, чи Німеччина визнає цю дестабілізацію Росії, привітає дестабілізацію Росії, чи буде намагатися запобігти тому, щоб Україна йшла далі. Дякую за правильний переклад, я це не так зрозумів. Для мене зрозуміло, що питання дестабілізації Росії – це питання Росії. Нам необхідно допомогти Україні, щоб вона повернула свою незалежність. Нашим завданням не є дбати про те, щоб Росія була стабільною. Засновники Мінську мають про це дбати. Головне, щоб Україна виграла цю війну, і що більш ніж через 100 років тиску на Україну, царська Росія – це теж не був час демократії. Навчитися демократії, розвитку, участі швидко інакше Росія буде розпадатися і матиме інші наслідки. А ми зараз маємо продумати про Україну, а не приєднувати сувереність України до певних умов. Все, зрозумів ваше питання. Дякую, дякую, дякую вам. Далі питання. Майкрофон. Мене звати Ребекка Хармс. Я депутат європейський. Я в 2008 році так само. Це негативне рішення. Спостерігала за ним в 2008 році. В мене питання до вас, пане Кізи Ветер, бо ви людина, яка добре розуміється в цих питаннях. Якщо Україна виграє, на що ми розраховуємо, а Путін війну програє, які країни Заходу будуть останні надати гарантії безпеки Україні, на які можна буде покластися, від Німеччини ще не було відмови. Після того, як Україна поставила стул перед дверіма в НАТО, як такі гарантії можна розцінювати і вважати на такі, які можна покластися. З нашого боку, я дякую за те, що ви робите все заради свободи України. Я спробую виступити коротко через те, що НАТО і Європейський Союз, вони працюють за принципом одностайності. Німеччина не має приховатися. Якби в 1994 році Україна не позбулася атомної зброї, я не за те, щоб були якісь налякувальні системи. Я для того, необхідно, щоб був захист. Захист і чи то Франція, Велика Британія, я сумніваюся, що хтось надасть гарантії. Можливо, є таке бажання. Трансатлантична єдність, вона є і буде. І Німеччина, вона буде активно діяти, і не тільки на конференції 25 жовтня. Ми із душі і серцем, і все робимо. Наш сенс, серце і розум ми будемо застосовувати до того, щоб інвестувати всю стратегію, Німеччина буде каталізатором, буде всіх залучати в цей невеличкий ексклюзивний клуб. І не будемо нічого виключати. Ми забагато виключали, і тоді стала можливою ця війна. Я хочу передати це питання пані Янченко. Ми знаємо Будапештський меморандум, Велика Британія, Росія підписали цей меморандум, не Німеччина. Від кого український уряд і суспільство очікує гарантій безпеки? Ми говорили про історичну відповідальність. Скажіть, від кого? Україна очікує гарантій безпеки від країн, які відповідають за свої слова. І Росія, яка виступила одним із гарантів поваги до нашої недоторканності, до наших кордонів, стала агресором. Вони не просто не виконали своїх зобов'язань, а своїх обіцянок, вони стали причиною і джерелом цих проблем. Тому очевидно, що ми хочемо дружити, ми хочемо бути партнерами, і ми очікуємо гарантій від вільного, цивілізованого, демократичного світу. І від країн, які позиціонують себе, як такі, які можуть дотримувати свого слова. Я дуже сподіваюся, що моя улюблена Німеччина є в цьому списку. Дуже гарна відповідь. В нас дійсно небагато часу. Будемо збирати наступні питання. Так, мікрофону в руках немає. Я викликаю тих, кого бачу. Ліворуч, подивіться, ліворуч. Вона діймут. Питання про 94-й рік. Якщо три країни – Велика Британія, Америка та Росія – надають гарантії безпеки, чому вони в 2014 році не сіли разом в цьому форматі для того, щоб обговорити? Чому цей формат не спрацював? В 2014 році американці та британці, вони не хотіли надавати зброю Україні і навчати Україну в консультаціях НАТО в рамках Європейському Союзу. Це питання відхилили, розпочали дипломатичний процес, мінський процес, а врешті-решт ми отримали свій досвід, дипломатія та жорстокість, смарт-повар, дипломатія та спроможність захищатися, захищати Україну, навчати, надавати можливість захистити повітряний простір. І, в принципі, і все. В тому і полягає причина Голланд і Мендель, вони заповнили інших. Американців був важка політична ситуація, британці одні цього не хотіли робити. І все, ну, отак і вийшло. Ну, я думаю, що Росія не могла цього зробити, бо вона була зайнята. А те, що стосується Великобританії, Штату і інших, скажімо, країн-лідерів, насправді це ще одна, напевно, історична помилка. Тобто, ви бачите, історія, вона не випадкова. Серія неправильних рішень може привести до великої трагедії. І я особисто вважаю, що якраз неправильне рішення 2008 року, потім недостатня реакція 2014 року, це було офіційним запрошенням для Путіна почати готуватися до великого вторгнення. Ви бачите, яку гігантську кількість озброєння, важкого озброєння Росія притарабанила в Україну. Таке не робиться за рік. І навіть за два. Тому така позиція по відношенню до України, це було фактично запрошення Росії почати готуватися до повномасштабного вторгнення і до війни такого масштабу, яку Європа не бачила з часів Другої світової війни. Тому дуже важливо, щоб зараз не було інших помилок. І щоб реакція не була теж запізнілою. Знову ж таки, повертаючись до того, що я сьогодні говорила. Німеччина, Європа, Штати, вони реагують новою допомогою і новими санкціями, як реакція на чергову трагедію. Сталась Буча – реакція. Сталась анексія наших територій, Херсонсько-Запорізька – реакція. Сталася ще щось реакція. Друзі, може не потрібно пасти задніх, а працювати на випередження. Зараз Путін загрожує взагалі тактичними ядерними ударами. Можливо, не треба чекати, щоб він це зробив, а почати діяти вже? Що робити, ви всі прекрасно знаєте. І німецький уряд теж знає. Чомусь не діє. Я не знаю, чому. У мене немає відповідей на це питання. Але якщо вони не будуть діяти, ми знову будемо бачити чергові трагедії. Уперед, будь ласка, питання. Від університету Потстаму. Ергард Маас, німецько-кавказське суспільство. Чи не розпочалися наші помилки ще раніше, коли він цю Чечінню перетворив в Бучу фільтраційні табури? І яку роль відіграє небезпека, якщо Путін програє в Україні? В Грузії він показав, як йому це швидко вдалося. Нам необхідно думати в геополітичних вимірах. Я спробую. А ви мене доповніть. Так, ми обмежуємо наш дискурс Путіним. Я абсолютно проти. Ми маємо надію. Ми хочемо вірити, що це тільки Путін. А в мене таке враження, що ми будемо розчаровані. І знов скажемо, ах, ми були наївні. Це стратегічне мислення. Сьогодні необхідно слухати і чути Україну. Україна про багато речей говорила, а їй ніхто не вірив. Озираючись на історію, яку вона пережила, озираючись на Радянських Союз, на Балтійські країни. В нас просто більше знань. Те, що я чую від німців. А, вони просто бояться, бояться, бо тут авторитарна держава стоїть на кордоні. Ні, вони не від страху діють. Вони мають знання. І ці знання необхідно застосовувати. Ми цього ще досі не зробили. Я бачу, що це є драматичним не тільки для Грузії, це є драматичним для нас, для всієї Європи. На нас нападають. І поки Україна бореться, ми теж. Ми не боремось на фронті. Ми маємо собі поставити на мету допомагати Україні усіма в будь-який спосіб. Не те, щоб Україна в нас це вимолювала. Нам необхідно питати, що вам необхідно для того, щоб ви могли виграти. І це мене розлючує. Ми не сприйняли цю війну як свою війну. Я сподіваюся, що не будемо ми далі зволікати, а будемо діяти. Останнє питання. Попереду ліворуч. Хвилинку. Вітаю, Матія Нелес. Я соавтор цього дослідження. Дискусія є символічною для медіальної дискусії, концентрована сприйняття шотканан, то, чого не відбулося. Я можу запропонувати, говорити про потенціали, які є в цих відносинах. Ми почули, що відносини кращі, ніж їх представляють. Давайте говорити про європейські відносини. Німеччина може приймати провідну роль і не чекати, поки Україна буде одного дня готова вступити, а розглядати це як шанс стати тим, хто підтримує цей процес. Є багато розумних ідей, як можна цей процес супроводжувати. Як, наприклад, Україна може вже стати членом внутрішнього ринку в цьому процесі. Німеччина може в процесі відбудови все об'єднати з процесом відбудови для того, щоб далі просувати, допомагати, проходити цій країні і йти, і рухатися вперед. І саме це і є важливим – дивитися вперед. Це неймовірно важливо для того, щоб покращити відносини. Ось такий коментар. Дякую вам за ваш коментар. Я на завершення всім вам поставлю морально-етичне питання, яке ми дискутували з моїм другом. Ми маємо не фокусуватися на Путіні. Чи були б ви згодні, якби спеціальні одиниці, наприклад, із Німеччини, скоїли напад на Путіна. Сьогодні 115-й день народження з нападу штрафом Дергана Гітлера. І це моральне питання, воно лишається в нас приміщенні. Так, я бачу, що в залі зворушення смерть з тіранів етично виправдана. В Німеччині… Так, давайте будемо говорити про те, хто сміється третім, або, скажімо, той, хто стратегічно нову позицію займається, це саме Китай. Як відповодить себе Китай, вони, не говоримо про злочини, вони намагаються зараз вести свою політику в Таймані, для того, щоб стати, лишитися конкурентоспроможними. Нам необхідні інші стратегії для Європи, без трансплатичної співпраці нам це не вдасться. Нам не вистачить, навіть якщо ми 5-6% будемо на безпеку витрачати. Такого не має ніколи вже більше відбуватися. А що буде, якщо Росія буде готова? Їй потрібна була розділена Німеччина. 28… Тільки через 18 років після… 80 років після завершення війни ми змогли повноцінно щось робити. Ми маємо це розглядати не так просто – активізувати сили самоочищення. Звичайно, вбивство тирана – то може бути і вихід, але не єдине. Я не хочу смерті Путіна, я хочу покарання для Путіна. І українці не хочуть помсти, українці хочуть справедливості. Українці хочуть трибунала. І це також площа там, де Німеччина може показати приклад. І стати майданчиком для такого суду над державою-агресором, над абсолютно неспровокованою війною, агресією на знищення цілого європейського народу. Ми хочемо розвінчання культу Путіна. Ми хочемо, щоб діалог з російським суспільством відбувався, коли вони визнають свою правину. Коли вони визнають і прозріють через масовані інформаційні кампанії, через просвіту, через трансляцію їм всіх злочинів, зроблених їх державою. Що вони зробили? Інакше всі наступні керівники Росії будуть повертатися до тих самих наративів, будуть відчувати себе жертвою і акумулювати суспільство для нової отаки. Тому ми хочемо справедливості, покарання і міжнародної спільноти об'єднатися для того, щоб агресора принести до відповідальності. Саме відсутність, безнаказаність і відсутність покарання за всі ті акти агресії, які лише в 21-му сторіччі зробила Росія, дозволили цьому сьогодні відбуватися з нашим народом. Дякую. Я можу тільки приєднатися до сказаного. Ми говоримо про конфлікт авторитарної системи та демократичної системи. І наші цінності мають виграти в цій боротьбі, тому що на нашій стороні правда, і ми маємо притягти до відповідальності злочинця. Як ми можемо Путіна і взагалі всю систему притягти до відповідальності? І ще один момент. Ми систему в Росії можемо поміняти тільки, якщо ми Україну перетворимо в дійсну демократію. Ми не можемо лишати Україну в сірій зоні. Нам необхідно мати міст до демократичної системи. Чому вони приймають рішення? Україна вже роками відчуває себе як європейська країна. І саме це завдання ми маємо поставити перед собою і зробити все, щоб захистити демократію в Україні. Пані та панове, я вам всім щиро дякую за вашу увагу, за дебати, які були дуже заангажовані. І прошу пані Яншенко сказати заключне слово. Друзі, я хочу вам нагадати, що ви сьогодні ввечері маєте написати емейл. Це саме головне, що я хочу, щоб ви винесли з сьогоднішньої зустрічі. Не забудьте про це, це буде ваш внесок в перемогу і мир в Європі. А якщо говорити серйозно, попереднє теж було серйозно, якщо що. Якщо говорити серйозно, то я дійсно дуже-дуже люблю Німеччину. Я дуже хочу, щоб всі українці любили Німеччину так, як я. Але зараз це залежить від Німеччини, від німецького уряду, від Бундестагу. І це велике щастя, що ми маємо таких друзів, як пан Кізерветер. Вони збільшують шанси на цю любов. Але дуже важливо, дуже важливо зупинити оцю череду помилок і нарешті виправити. Тобто я би дуже хотіла бачити, я раніше теж багато спостерігала, що над німцями тяжі, є отаке відчуття пригнічення, що ми винні, ми там ще щось. Єдина можливість це змінити, це зробити зараз щось хороше. Зробити внесок в мир в Європі в майбутньому. І Німеччина точно має можливість це зробити. Тому давайте сподіватися на краще і давайте робити якісь проактивні дії, для того, щоб це відбулося. Я вірю в Україну і вірю в перемогу України. І наші збройні сили це вже показують. Протягом серпня і вересня і жовтня ми маємо лише позитивні і класні новини з фронту. Причому по всій, скажімо так, вздовж цієї лінії фронту. І на сьогоднішній день мені здається, що не лише для українців, а й для всього світу стає очевидним, що Україна перемогає. Допоможіть нам зробити це швидше. Це дуже легко зробити наданням більшої кількості важкого озброєння. Я хочу, щоб ви розуміли, що насправді війна ведеться на людському факторі і на факторі озброєння. В людському факторі у країни протягом восьми місяців завжди була перевага. Тому що наші люди супер вмотивовані. Наші люди горять цією перемогою. Наші люди, коли в понеділок у них вимкнулося світло через обстріли, не почали боятися і плакати. Вони почали донатити на Збройні сили України. До речі, лише за один день, за цей понеділок, українці надонатили на Збройні сили України 10 мільйонів євро. Ми говоримо про пересічних громадян, друзі, у яких статки і можливості значно менше, ніж у німців і німецького уряду. Тому я вірю в потенціал німців і німецького уряду. Так ось, повертаючись до того, що я говорила. В людському факторі у нас завжди була перевага. У нас не було переваги в кількості озброєння. До серпня ми її накопичили, було вже більше і більше озброєння. І таким чином ми збалансували більш-менш на рівні озброєння ситуацію на фронті. І саме завдяки цьому з'явилися позитивні, класні новини з фронту. Тому надання більшої кількості озброєння, швидше надання цього озброєння може просто перетворити питання перемоги України в питання кількох місяців. А ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилась чим швидше. І щоб негативні наслідки, які переживає не лише Україна, а й весь світ, вони теж закінчились. Вони закінчаться в тому моменті, коли Україна переможе. Тому давайте це наближати так, як ми можемо. Дякую. Щиро дякую. Думаю, ми на цьому і завершимо. Бажаю вам і надалі цікавої конференції, і що довіру буде наступними роками відновлено. Дякую. Дякую. Дякую.